Hallo zurück im TV-Studio der BEST. Jetzt bei mir zu Gast Frau Kölner Aulela vom Verbund. Sie wird uns ein paar Fragen beantworten, was genau der Verbund ist, was für eine Ausbildung der Verbund macht und wie viele Standorte es in Österreich gibt. Frau Kölner Aulela, Verbund größter österreichischer Stromerzeuger aus Wasserkraft, was genau passiert Welche Ausbildung gibt es? Also prinzipiell, so wie Sie schon gesagt haben, Österreichs größter Stromerzeuger aus Wasserkraft. Wir haben an den größten Flüssen Österreichs Kraftwerke stehen, Wasserkraftwerke. Wir haben auch Wärmekraftwerke und Windparks. Prinzipiell erzeugen wir Strom, wir handeln mit Strom, wir verkaufen Strom. Danke und wie sind Sie zum Verbund gekommen? Wie war Ihre Ausbildung? Also prinzipiell habe ich eine kaufmännische Ausbildung. Ich habe vor dreieinhalb Jahren bei Verbund in der Verbund International begonnen im Beteiligungskontrolling und bin jetzt seit zwei Jahren im Recruiting und Personalmarketing. Und welche Ausbildung gibt es? Also eine Doppelberufsausbildung für Elektro- und Metalltechnik, wie verläuft das? Genau. Also wir bilden aus zum Doppelberuf. Elektro-Metalltechnik dauert vier Jahre. Bei uns ist man im ersten Jahr in der Lehrwerkstatt. Die gibt es in Ips oder in Kaprunn. Je nach Standort sind diese Lehrwerkstätten zugeordnet. Ab dem zweiten Lehrjahr ist man bei uns im Betrieb. Dort wird man dann ausgebildet. Einerseits zum Elektriker, andererseits zum Schlosser. Und die Berufsschulen sind entweder in Amstetten oder in Salzburg. Und nach diesen vier Jahren hat man große Chancen bei uns als Facharbeiter in den beiden Berufen einzusteigen. Das heißt, wir bilden unsere Facharbeiter selber aus. Es gibt 26 Standorte in Österreich. Wie wird das Ganze koordiniert? Wie funktioniert das? Weil es sind doch relativ viele Standorte. Also prinzipiell haben wir noch viel mehr Standorte. Wir suchen allerdings jetzt für Lehrbeginn September 2013 an 26 Standorten. Das stimmt, das macht es ein bisschen schwierig in der Suche, weil wir natürlich nicht nur in großen Städten, so wie Villach oder Wien suchen, sondern natürlich auch in kleineren Regionen, im Zillertal oder im Sölktal in der Steiermark. Deswegen sind wir natürlich bei vielen Veranstaltungen, so wie auch jetzt auf der Best in Klagenfurt, weil wir hier für Kärnten an vier Standorten suchen. Das beginnt im Maltertal. Wir suchen für Villach, für Schwabeck und für Festritts im Rosenthal. Dankeschön. Ja, wir sind auf der Best Klagenfurt. Abschließend noch, wie gefällt Ihnen die Best? Sehr gut. Es war jetzt gestern und heute Vormittag sehr viel los. Sehr viele Schulklassen. Jetzt am Nachmittag wird es ein bisschen ruhiger. Wir hoffen sehr, dass morgen dann am Samstag noch sehr viele Jugendliche mit ihren Eltern die Best besuchen. Dankeschön, Frau Kölner-Aulela. Und bei uns jetzt auf der Haupttribüne haben wir als nächstes Birgit Huber mit Geniale Karrierechancen mit der Lehre. Dankeschön.